Das Finale-Durale geht in 3, 2, 1, los! In 400 Metern, rechts abbiegen. In 400 Metern, rechts abbiegen. In 400 Metern, rechts abbiegen. In 400 Metern links abbiegen. Gewinner! Willkommen bei den Eliminati! Bei nächster Gelegenheit enden. Zwelle abgeschlossen. Macht euch bereit für das Finale. Das Finale beginnt in 30 Sekunden. 3, 2, 1, los! Bei nächster Gelegenheit enden. Boote wird neu berechnet. Bei nächster Gelegenheit enden. In 200 Metern rechts abbiegen. Bei nächster Gelegenheit enden. Das finale Dorede geht in 3, 2, 1, los! Rechts abbiegen. Bote wird neu berechnet. Dorede geht in 3, 2, los! Dorede geht in 3, 2, los! Dorede geht in 3, 2, los! Bei nächster Gelegenheit enden. In 100 Metern links abbiegen. In 200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Dorede geht in 3, 2, los! 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 Vielen Dank.